Was meinst du? Brauchen wir in Österreich eine Vermögensteuer? So eine Steuer müssten Menschen zahlen, die sehr reich sind. Die also viel Geld haben, teure Autos, Wohnungen und Häuser, vielleicht auch ein oder mehrere Unternehmen. Dich oder mich würde so eine Steuer ziemlich sicher nicht treffen. Die meisten Konzepte sehen eine Vermögensteuer ab einer Million Euro vor. Das heißt, für die erste Million muss man keine Steuern zahlen. Alles darüber hinaus würde aber besteuert werden. Meine Kollegin Julia hat ein kleines Reichenbeispiel. Also wenn jemand jetzt eineinhalb Millionen Euro hätte, wäre die erste Million ja steuerfrei und dann gibt es noch 500.000 und von den 500.000 ein Prozent wären 5.000 Euro. Also das kann man sich leisten, wenn man Millionär ist. Vermögensteuern würden allen Menschen im Land helfen, denn damit könnte man beispielsweise bessere Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser finanzieren.